Wenn ich die Crews mit einem Satz zusammenfahre, mit einem Satz, hammergeil, das ist ein Wort. Es ist nicht mein erstes Mal, ich habe es mehrmals gemacht, aber es ist das angenehmste. Das TUI-Schiff ist wunderschön, riesengroß, die Technik ist hervorragend. 2000 schwarze T-Shirts, eine Menge Lärm, eine bestimmte Party. Wir sind hier gestern angekommen, morgen gehen wir heim, so wie wir waren, nicht die ganze Strecke. Aber toll, finde ich toll. Wir spielen meine Jahre mit Rainbow, rekarrieren wir irgendwie. Rainbow war eine Kapelle, die eine Nacht eine Nummer sechs Minuten und die nächste Nacht 25 Minuten lang. Es ist komplett ohne Skript, ohne Netz, ohne Plan. Gestern war es so, es war toll. Die Leute reagieren fast immer positiv darauf, dass es nicht diese gescriptete mit Rainbow und jetzt kommt Licht und jetzt kommt der Zoomwechsel und dies und das. Und es ist auch nicht so todernst. Wir lachen und tanzen, wir haben eine Menge Spaß und die Leute reagieren darauf und es ist immer gut. Tehrer, 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 Te Ich bin in der Offenbarkeit seit 1975, das sind 42 Jahre, ich bin auch irgendwie, wenn ich in Tengelmann gehe oder in Aldi, ich bin auch kein Hingucker, das weiß ich schon, mit meinem Gewand und wie auch immer. Mir bin ich gewohnt, dass Leute mich anschaue. Ich finde es toll, wenn ich mich anspreche, das ist fantastisch. Ich habe Leute gekommen mit so einem Stapel Platten für meinen ganzen Lauf. Mein Rainbow-Ding war mein Anfang in den 70ern, aber seitdem habe ich über 30 Tony-Carrie-Platten veröffentlicht. Ich habe etliche Leute produziert, Peter Maffay habe ich produziert, Gott Milva habe ich produziert, alle Ecken und Kanten von Pop- und Rockmusik. Das ist alles Musik, das finde ich alles toll. Aber ein junger Mann gestern hat ein paar von meinen ganz seltenen ersten Aufnahmen, von einem Frühachsiger, das fand ich toll. Und er kam extra und natürlich, wie du sagst, es ist ausverkauft, bevor man weiß, wer spielt. Er wäre eh gekommen, aber er hat den ganzen Plattensammel mitgebracht, das fand ich toll. Du sprichst sehr gut Deutsch, warum ist das? Weil ich seit 78 in Deutschland wohne, meine drei Kinder hier großgezogen. Marian ist Deutsch, wir reden Deutsch zu Hause. Seitdem ich sauer bin, dann rede ich Englisch und Gott sei Dank versteht sie mich nicht. Sie kriegt den Sinn, wie alt war ich? Also ich hier kam 24 und 23. Und ich bin ins tiefes Wasser gesprungen, ohne Netz wieder und ich war gleich im Studio. Deutschsprachige Tontäktiker, Deutschsprachige Musiker, als Sessions erstmal und dann als Produzent. Und dann, man muss es lernen. Es gibt GIs, die arbeiten hier seit dem Kalten Krieg und die sprechen kein Deutsch. Aber, wie gesagt, es hat für Gunter Jagen und Olli Geissen gereicht. Ich hoffe, ihr versteht mich. Wir leben in ein world of plenty Und sailed the seven seas Wir kamen zusammen hier To celebrate the steel Ich bin ein